Die Hessische Landesbahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in einem Zug der Regionalbahnlinie 11 RB11 Richtung nach Bad Soden über Nächster Halt Bad Soden. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Hessische Landesbahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund verabschieden sich von Ihnen und wünschen einen angenehmen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die Hessische Landesbahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in einem Zug der Regionalbahnlinie 11 RB11 Richtung nach Frankfurt Höchst über Nächster Halt Schulzbach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB11 Richtung nach Frankfurt Höchst. Nächster Halt Frankfurt Sossenheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Frankfurt Höchst. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Hessische Landesbahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund verabschieden sich von Ihnen und wünschen einen angenehmen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links.